Ich leite eine Mini-Denkfabrik, im Moment wieder, wie Stefan sagt, eine One-Man-Show. Das waren auch schon mal mehr. Wir waren mal ein bisschen größer, konnten größere Projekte auf die Beine stellen. Was mich immer zum Nachdenken bringt, liegt es an mir als Person, dass das nicht größer ist, dass da keiner mitmachen möchte oder unserer gemeinnützigen Organisation Spenden zukommen lassen möchte oder liegt es am Thema, ist das zu sperrig, ist der Name der Organisation zu sperrig, was auch immer. Und wir arbeiten, oder deshalb arbeite ich im Moment sehr stark in einem Netzwerkansatz. Deshalb war ich ganz am Anfang heute früh auch bei der netzartigen Kooperation, weil das anscheinend jetzt der Weg ist, den ich nutzen kann, um Wege und Methoden zu entwickeln, wie man die Lebensqualität der Menschen in Deutschland verbessern kann. Das ist unser Vorhaben als Gemeindezügerverein organisiert und im Moment eben sehr stark auf Netzwerke setzen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Das ist natürlich zum Teil hartes Brot, aber es macht sehr viel Spaß, weil anscheinend doch einige Türen aufgehen. Und methodisch komme ich ursprünglich von der Fraktion derer, die Studien schreiben, die digitale Gutachten schreiben und bin, weil mir jemand mal gesagt hat, eigentlich was ich hier mache, ist Change Management auf der gesellschaftlichen Ebene, bin methodisch immer mehr in Dinge reingekommen, die hier im Raum auch stehen. Freue mich deshalb sehr, hier wieder sein zu dürfen, um in diese Interaktion reingehen zu können. Habe heute früh auch sehr viel immer versucht mitzudenken, was wir auf Unternehmensebene diskutieren. Was bedeutet das auf der gesellschaftlichen Ebene? Das war, das habe ich auch nicht so viel gesagt, das war sehr, sehr spannend für mich. Und jetzt können wir den Spieß mal umdrehen und die gesellschaftliche Ebene diskutieren, dann können Sie mitdenken. Ja, ich habe ja heute Morgen gesagt, ich arbeite als Hochschullehrer, als Mediator und als Unternehmer. Und als Unternehmer habe ich so etwas Ähnliches gemacht wie Stefan, auch eine Denkfabrik gegründet mit Gesine Schwan. Das ist die Humboldt-Viadrina School of Governance in Berlin, die sozusagen noch eine Sache im Kern hat, die ein bisschen anders ist, weil wir machen eigentlich nur Projekte, Forschungsvorhaben, Studien, was auch immer, wo wir davon ausgehen, dass es schon ein realweltliches Problem ist und dass wir interessiert sind, mindestens bis zu einem Pilotprojekt, was man auf der Straße sehen kann, zu kommen. Also wir wollen eindeutig darüber hinausgehen. Daraus ist unter anderem auch mit anderen zusammen die Internetplattform betterplace.org entstanden, die wir vor über fünf Jahren gegründet haben. Und ich glaube, ein Grund, warum ihr heute reden wolltet, ist die Initiative Schule im Aufbruch, die im August letzten Jahres gegründet ist und die sich dafür einsetzt, dass 35.000 Schulen in Deutschland die Chance bekommen, sich zu verändern von der Wissensvermittlung zur Potenzialentfaltung. Es ist ja eine unserer Kernthesen gewesen, dass Netzwerkökonomie grundsätzlich neue Fragestellungen für Unternehmen sich wieder stärker auch in der Gesellschaft zu verorten. Und das hat uns dazu gebracht, deswegen bin ich sehr froh, Stefan Bergheim, dass du da bist und Stefan Breitl, dass du da gekommen bist. Das ist sehr schön. Wir sind uns ja immer wieder in unterschiedlichen Situationen über den Weg gelaufen. Und die Idee für das Gespräch jetzt ist, dass wir das Thema, was wir hier behandelt haben, was Unternehmen beschäftigt, Next Generation Enterprise, Netzwerkökonomie, aufzusoomen auf Gesellschaft und gesellschaftliche Entwicklung. Und das war ja eine These der evolutionären Transformation von Gesellschaft. Stimmt sie? Stimmt sie nicht? Wie kann Gesellschaft sich entwickeln? Wie können Prozesse der Entwicklung von Gesellschaft gestärkt initiiert werden? Was erlebt ihr da? Vielleicht fangen wir mit dem Zukunftsdialog Deutschland an und beleuchten dann die Initiativen, Schule im Aufbruch und die lokalen Lebensqualitätsinitiativen, die du in letzter Zeit ja neben anderen auf den Weg gebracht hast oder School of Governance. Ich denke, wir kommen zu ähnlichen Themen, zu ähnlichen roten Fäden, wenn wir auch unterschiedliche Beispiele beleuchten. Ja, Zukunftsdialog ist ja eine Initiative gewesen, die wir dann auch ausgetauscht haben im Vergleich mit der österreichischen Initiative. Was war denn da? Worum ist es da gegangen? Was war die Idee? Und wie war dieses Konzept aufgebaut? Kann da die Politik oder kann da die Wirtschaft von der Politik was lernen? Oder nicht? Sollen wir mal beide sagen, was unsere Vermutung war, warum das existiert und wie es zustande kam. Also es gab einen Zukunftsdialog der deutschen Bundeskanzlerin, der über ein Jahr hinweg lief. Und mein Eindruck war, dass er sehr stark motiviert war von der Kanzlerin, die gesagt hat, es nervt ziemlich, dass ich ständig nur am Feuerlöschen bin, eine Krise nach der anderen und bin immer nur, ich hetze von einer Baustelle zur anderen und eigentlich würde es doch mal Not tun, sich mal richtig längerfristig Gedanken zu machen. Und ich möchte das gerne tun im chinesischen Arbeitsethos. Ich hatte vor kurzem ein Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten und war ganz beeindruckt, wie dort gearbeitet wird. Wir machen sowohl die Feuerwehraktivitäten als auch das längerfristige Nachdenken. Wohl wissend, dass das ein Riesenakt ist, auch für eine kleine Organisation wie das Kanzleramt, so sich die Beine zu stellen. Und ich möchte das gerne tun als Kanzlerin mit Experten zusammen und mit Bürgern zusammen. Und dann wurde dort ein Dialog strukturiert, gestrickt, wo all das passiert, wo diese Interaktion passiert, wo man sich eben Gedanken darüber macht, wie soll das Land denn mal aussehen in 10 bis 15 Jahren. Und in dem Kontext, in dem wir hier heute gesprochen haben, fand ich, waren noch zwei Dinge besonders interessant. Das Erste ist, es gab einen Vorläufer von diesem Zukunftsdialog, was eine ziemlich unsägliche, übliche, verdächtige Expertenrunde war, die zum Austausch von Statements führte und eigentlich keinen in der Sache irgendwie weiter. Das hatte dann einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und dazu geführt, dass man sich neue Gedanken gemacht hat. Das war schon mal sehr schön. Und das Zweite ist, dieser Zukunftsdialog ist von einer politischen Sicht aus enorme Offenheit und Risiken eingegangen, weil die Teilnehmer, es waren 140 Experten in den drei Gruppen, weil die Teilnehmer nicht nach Parteibuch oder Zugehörigkeit ausgesucht wurden. Also ich war einer der drei Koordinatoren und ich habe viele Leute vorgeschlagen, wo ich dachte, ob die das mal mitspielen, oder es spielte überhaupt keine Rolle, aus welchem Lager sie kamen. Hauptsache man konnte von ihnen erwarten, dass sie mitdenken. Konkret. Und damit war natürlich ein erhebliches Risiko verbunden, was die produzieren würden. Es würde jedenfalls nicht linientreu sein. Und das war ihnen wurscht. Und das ist erstmal eine erstaunliche Offenheit für eine dann doch farbig besetzte Bundesregierung. Es war ein Projekt der Bundeskanzlerin. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Genau. Und es war die Kanzlerin. Genau, es war die Kanzlerin. Es war kein Projekt der Bundesregierung. Und sie hat es auch als Person, sie hat es auch als, und das ist vielleicht das dritte Interessante, sie hat es als Person durchgezogen und sich als Person daran beteiligt. Und ich würde sagen, also so netto Arbeitszeit mit uns zusammen, 25 Stunden, 30 Stunden, das für eine Regierungschefin eine Menge. An vielen verschiedenen Tagen, Abenden und so weiter. Ich habe auch ganz beeindruckend gefunden, die Einfachheit der Fragen, an denen da gearbeitet wurde. Es waren drei, wenn ich das recht erinnere. Wie wollen wir zusammenleben? Wovon wollen wir leben? Und wie wollen wir lernen? Wie ist es zu diesen drei Fragen gekommen? Die sind ja, als ich das das erste Mal beschäftigt habe, wie wir dann diesen Austausch-Workshop hatten mit dem österreichischen Projekt, muss ich sagen, dass diese Fragen mich wirklich persönlich berührt haben, weil sie so einfach und so grundsätzlich sind. Könnt ihr dazu was sagen? Ich war nicht beteiligt in der Genese. Es waren zwei, die ich jetzt wahrgenommen habe. Mindestens zwei hoch engagierte Mitarbeiter in der Strategie, die zusammen mit Eva Christiansen, der Strategiechefin, an diesen Fragen gearbeitet haben. Also das war eine Vorgabe. Also die Fragen waren vorgebracht? Die kamen genau in der Form bei uns an. Und ich fand das genauso beeindruckend, dass sie das auf den Punkt gebracht haben. Und das waren diese drei Fragen, die vorgegeben wurden und zu jeder Frage nochmal sechs Arbeitsgruppen unten drunter, die ihre Themen hatten. Meine Arbeitsgruppe hieß Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt, was natürlich auch was mit meinen Themen zu tun hat. Ich glaube, da gab es dann schon wieder eine Spiegelung mit den Personen, die man drin haben wollte und den Themen, die man bearbeiten lassen wollte. Das war dann die offene Phase, wo wir dann noch rumgestaltet haben, aber die Kernfragen waren gesetzt und waren sehr gut gesetzt. Das heißt, es gab die drei Fragen, darunter gab es die Expertengruppen und die wurden sozusagen, da gab es eine Autonomie der Koordinatoren und welche Leute eingeladen wurden. Sagen wir mal, das haben wir abgesprochen, aber das war nicht so, dass da irgendeiner einen reingesetzt hat, den man nicht haben wollte oder einen abgelehnt hat, den man unbedingt haben wollte. Jetzt ist ja, wenn wir hier über Unternehmensentwicklung reden und auch wenn, stellt sich die Frage natürlich bei gesellschaftlichen Themen auch, wie sah die Architektur oder das Design dieses Prozesses aus? Was wir schon wissen, die Kanzlerin hat sich engagiert, offensichtlich, es gab die Projektleiter im Kanzleramt oder das ist ein kleines Projektteam, es gab die drei Themen mit Koordinatoren, darunter die Gruppenleiter und Expertengruppen, die gearbeitet haben. Das war es. Gab es mehr? Das war der Experten-Dialog. Die Gruppen haben sich jeweils zweimal getroffen, die Themenbereiche haben sich zweimal getroffen, glaube ich, mit der Kanzlerin, einmal separat und zweimal jeweils mit der Kanzlerin und natürlich viel Arbeit in den Stab-Politischen Planungen, die noch Leute von außerhalb reinbekommen hatten, vom Bundespresseamt, da war sehr viel Arbeit, aber das war im Prinzip der Experten-Dialog. Und er war, was man dazu sagen muss, er war moderiert. Das war auch ein Petitum von einigen von uns, dass wir gesagt haben, wir wollen das nur moderiert. Und es war auch deutlich, dass die Veranstaltungen, die gut moderiert waren, auch bessere Ergebnisse produziert haben. Also moderiert nicht von uns als den inhaltlichen Gruppen und Koordinationsmenschen, sondern von externen Moderatoren. Und nicht von Journalisten? Nein, nein. Genau, Moderatoren. Leute, von denen man die grundsätzliche Vermutung hatte, dass sie wussten, was sie taten. Und das andere ist, dass, ich glaube, was Interessantes an diesem Prozess ist, das Ergebnis sollten, also Vorausschau, 5 bis 10 Jahre, eher 10, und Ergebnis sollten sein, konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen. Im Jetzt. In der Vorausschau gewonnen, was sollte man jetzt tun? Und das war gleichzeitig für, ich glaube, für eine große Gruppe, der unter den Experten, um nicht zu sagen, eine überwältigende Gruppe unter den Experten, obwohl sie so mit diversen Hintergründen ausgesucht waren, eine extreme Herausforderung. Aus einer Flughöhe, man sollte mal, man müsste mal, man könnte mal, und galaktisch überlegt, ist es so, runterzukommen auf eine Ebene, wo man sagt, und was sollen wir jetzt tun? Und da müsste ein Vorschlag kommen. Das war die Herausforderung. Und wenn man jetzt sozusagen einen großen Sprung nach vorne macht, es gibt ja den Bericht, den kann man sich auch im Internet runterladen, wenn man Interesse hat, so sieht er aus. Dann gibt es ein Buch noch, und wenn ihr so erzählt, was vielleicht ganz besonders interessante Ergebnisse sind, wo ihr sagt, Mensch, das hat was. Damit man so eine Orientierung kriegt, was das sein könnte. Da ist ja was entstanden, ne? Sag du. Es ist natürlich, aus meiner Sicht ist unglaublich viel auf der Prozessebene entstanden. Es sind unglaublich viele Begegnungen entstanden, es ist sehr viel Verständnis, gerade auch im Kanzleramt dafür entstanden, wie zum Beispiel Wissenschaft tickt, wie Wissenschaft funktioniert, worauf man sich da verlassen kann und worauf nicht. Die inhaltlichen Ergebnisse, die konkreten Handlungsvorschläge für die Bundesregierung, die waren von der Qualität sehr unterschiedlich. Da gab es einige dabei, die waren hochgradig spannend, wo ich sage, okay, super. Und andere, wo ich sage, ja, kann man auch machen. Sag mal ein Beispiel. Ich kenne natürlich nur die Beispiele aus meiner Arbeitsgruppe, die natürlich alle ganz toll sind. Das war ja auch deine Gruppe. Genau, war ja meine Arbeitsgruppe. Also da haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, einen Bürgerdialog weiterzuentwickeln, über den, wir müssen vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, über den Bürgerdialog, der ja hier auch parallel noch liegt, wo für die Bundesrepublik eine Vision 2040 entwickelt werden sollte. Wie wollen wir in Zukunft insgesamt leben, um daraus, und das ist der Duktus in meiner Arbeit auch im Zentrum und in den Vorschlägen im Zukunftsdialog, um daraus abzuleiten, wie messen wir denn Lebensqualität, nach welchen Kriterien sollten wir die Lebensqualität messen und um daraus auch von der Messung des Zustandes und des erwünschten künftigen Zustandes abzuleiten, wo sollen wir denn handeln. Und da auch einen entsprechenden Fortschrittsbericht Lebensqualität der Bundesregierung abzuleiten. Und das, glaube ich, auch was Schönes, was noch nicht erwähnt wurde, die Bundeskanzlerin hat sich tatsächlich am Ende des Prozesses auch committed, einige der Vorschläge aus jeder Gruppe, so zwei, drei, auch weiter zu verfolgen. Das war auch für die Leute im Staatpolitischen Planung eher überraschend, dass sie wirklich so konkret werden würde, für uns, glaube ich, alle auch. Aber eigentlich macht es Sinn, dass diejenigen, die das in Auftrag gibt, die uns so lange so viel hart arbeiten lässt, dann auch was damit macht, mit diesen Dingen. Und das nicht nur sagt, ja, schön, vielen Dank für das Gutachten, sondern auch wirklich reingeht. Und das war sehr, sehr konkret, was da ausgesucht wurde. Zwei, drei Vorschläge aus jeder Gruppe. Treffen der Kanzlerin mit Minister XY zu der und der Frage oder Prüfung durch das Bundeskanzleramt oder Prüfung so und so. Und einige von denen werden jetzt auch ganz konkret umgesetzt. Und es gibt ein Monitoring, ne? Genau. Und es gibt dann immer mal wieder ein Update, was wir kriegen mit dem Vorschlag so und so. Sieht es vielleicht ein bisschen schlecht aus, dann müssen wir bis zur Bundestagswahl warten. Aber mit dem anderen Vorschlag, da ist dieses und jenes passiert. Und das wird vielleicht auch mit etwas verknüpft, was es schon gibt. Da gibt es dann eine Demografiestrategie zum Beispiel. Da sind auch schon im Prozess einige Sachen reingelaufen. Mit existierenden Initiativen kann man das auch wunderbar verknüpfen. Also eine Geschichte war, die jetzt dann sehr weit in die Zukunft geht, der Vorschlag im Bildungssystem, dieses Zwei-Konten-Modell einzurichten. Was die einfachste und, glaube ich, zukunftsweisendste Lösung wäre, auf dem einen Konto kriegt man bei der Geburt eine Summe Geldes, mit der man ein Leben lang Bildung bezahlen kann. Und zwar dann, wenn man sie braucht. Und wenn man mit 40 den Bachelor braucht, dann wird er halt dann bezahlt. Was für die Institutionen bedeutet, dass sie sich umorganisieren müssen und nicht mehr nach Lebenszyklen anbieten, nach angeblichen Lebenszyklen. Und auf dem anderen Konto, was viel interessanter ist, wird quasi eingezahlt, alles, was man gelernt hat. Egal, ob es in formellen oder informellen Systemen erworben worden ist. Natürlich habe ich bei informell erworbenen Einheiten die Herausforderung, das mit Portfolios zu bewerten. Die EU ist da schon lange dran, hat auch Methoden entwickelt, die sind noch zu kompliziert. Das kommt aber irgendwie. Und wenn ich dann bei diesem Konto was brauche, dann gehe ich da dran und sage, ich brauche jetzt einen formalen Abschluss, wenn es den dann noch gibt, einen Bachelor oder einen Master oder was auch immer, dann greife ich da rein und dann hole ich das raus, was ich habe. Und dann sagt die Stelle, 80% hast du schon, 20% brauchst du noch. Und dann habe ich ein komplett durchlässiges System, wo die Frage, ob ich ein Abitur habe, um studieren zu müssen, brauche ich heute prinzipiell eigentlich nicht, weiß nur keiner. Oder warum ich jetzt unbedingt einen Studienabschluss brauche, um zu promovieren. Oder ähnliche Fragen erübrigen sich, weil es kommt dann mehr auf die Qualität an dessen, was ich mache. Das wäre die Vision. Also wir haben jetzt so einen Ausblick zu den Inhalten gekriegt. Ich würde gerne noch mal kurz zurück zur Architektur, um das noch ein Stück abzurunden. Ich habe in den Gesprächen schon den Eindruck gehabt, dass die Arbeit in den Expertengruppen ein ganz zentrales Herzstück war, diese Initiative, die ja auch interdisziplinär war und so wie du beschrieben hast, doch geöffnet hat. Also auch ein Loslassen war, das haben wir ja heute auch schon ein paar Mal gehabt. Und auch so ein bisschen über Grenzen gehen, also nicht nur selbstverständliche, the usual suspect sozusagen, aber dass es auch eben den Bürgerdialog gab und es gab auch eine 2.0, einen Internetauftritt mit interaktiven Elementen, was ja auch ein Wagnis gewesen ist, muss man sagen, für die Politik. Könnt ihr dazu noch was sagen, wie ist das entstanden, was waren da die, also man kann das ja sozusagen Analogien überlegen, was wäre denn, wenn ein Unternehmen so grundsätzliche Fragen stellen würde. Und wie ist das angepackt worden mit Bürgerdialog als ergänzendes und dieser Webauftritt? Vielleicht noch einen Satz zu dem Experten-Dialog, weil es ist schon hochinteressant, wenn sich so viele Experten, sogenannte Experten treffen und dann Mitarbeiter des Kanzleramtes zwischendurch immer wieder sagen, hey Leute, ihr sollt doch querdenken. Das hat schon eine interessante Note, weil es denen dann auch manchmal zu expertenhaft war. Und ich sage, also nur schaut doch mal, ob es nicht irgendwas Neues gibt, was wir hier runterladen können. Also das könnte bedeuten, wenn es noch eine dritte Initiative gäbe, dann wird man die Einladungspolitik vielleicht nochmal überdenken. Dann haben wir schon gesagt, würden wir nochmal völlig andere Netzwerke anschauen, um die Leute zu kriegen, die wirklich genau auf der Flughöhe auch was vorschlagen. Vielleicht noch zwei Beobachtungen, auch wer nicht mit dabei war in diesem Prozess. Die verschiedenen Abteilungen im Bundeskanzleramt waren nur ganz am Rande eingebunden. Die waren im Vorgängerprozess eigentlich gar nicht eingebunden. Die waren mal eingeladen, kamen aber im Regelfall nicht. Und jetzt waren sie auch eingeladen. Und bei einigen stießt das dann auch auf ein bisschen Gegenliebe. Also es geht ja um einen Change-Management-Prozess letztendlich. Und wenn ich nicht diejenigen mit einbinde, die dann nachher umsetzen sollen oder dürfen, dann wird es natürlich entsprechend schwieriger. Und das ist die Schnittstelle, wo es noch hakte, wo auch die Hoffnung ist in der Weiterentwicklung. Stefan Breimacher sagte, dieser Prozess war jetzt schon eine Weiterentwicklung des letzten Prozesses. Und die Hoffnung ist, dass irgendwann ein weiterer Prozess stattfindet, wo dann auch die Abteilungen im Kanzleramt intensiver eingebunden sind. Und wenn es richtig hochkommt, auch die verschiedenen Bundesministerien eingebunden werden. Dass es wirklich dann ein Prozess der Bundesregierung wäre. Das ist so meine wahrscheinlich Illusion oder Utopie. Ich weiß nicht, ob sowas je möglich ist. Aber um nur aufzuzeigen, was nicht passiert ist in diesem Prozess. Was dann später bei der Umsetzung natürlich hemmt. Genau. Wenn da viel passiert ist, und da ganz wenig. Genau. Soweit ist man nicht gegangen, weil man wahrscheinlich aus guten Gründen, und das wird den Unternehmen wahrscheinlich ganz ähnlich sein, das gehen nämlich mit rein. Einer der Gründe war, dass man erwartet hat, dass von den Ministerien gleich so viel Gegenwind kommt, dass das alles weggeblasen wird. Was auch nachvollziehbar ist, wenn man die Architektur der Bundesregierung sieht. International läuft das ja unter dem Stichwort Foresight-Prozesse. Und wenn man mal da reintaucht und sich sagt, okay, da soll eine Gruppe von Leuten fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schauen und bekommt auch regelmäßig gesagt, dass sie die Einzigen sind, die das tun. Dann ist das vielleicht eine gute Nachricht, aber da steckt natürlich auch eine schlechte Nachricht drin. Wenn es die Einzigen sind. Die Einzigen? Naja, also uns wurde gesagt, in der Bundesregierung tut das keiner. Ach so, ja. Ja? Okay. Und jetzt frage ich mich, wie man in dieser Umgebung politische Strategien entwickeln will, wenn man nicht fünf bis zehn Jahre versucht, in die Zukunft zu sehen. Und das dann gelegentlich zusammengesetzten Expertengruppen überlässt. Also mit anderen Worten, ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Architektur eines Landes, Klammer auf, oder eines Unternehmens nicht Gruppierungen sind, die unabhängig, ohne Tagesgeschäft in die Zukunft schauen können und das mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten machen. Und das war sicherlich nicht ausgeschöpft, weil man könnte natürlich auch Szenarien machen und so weiter, was denen im zweiten, das haben die schon überlegt, aber das war für diesen Schritt zu komplex. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man das anders machen will. Das muss man etablieren. Es geht gar nicht anders. Noch eine Beobachtung auch aus der Arbeit in diesen Expertengruppen. Das waren jeweils sechs bis sieben, die sich in einer Gruppe zusammenfanden, wo wir als AG-Leiter relativ viel Freiheit hatten, das war ja schon erwähnt, die auch zusammenzustellen, was uns nicht unbedingt leicht fiel, schon in der Auswahl. Und wo die Arbeit auch nicht immer leicht war, erstens die runterzuholen von der Meta-Ebene auf ganz klare politische Handlungen und sie, das war in meiner Arbeitsgruppe ein besonderes Thema, auf irgendeine gemeinsame Intention, auf ein gemeinsames Vorhaben zusammenzubringen. In meiner Arbeitsgruppe war es regelmäßig so, dass der eine kam halt aus dem Blickwinkel drauf und hat immer wieder betont, wie wichtig dieser Blickwinkel ist. Und der andere aus jenem Blickwinkel und hat immer wieder betont, wie wichtig dieser ist. Und da etwas Gemeinsames daraus zu stricken, das hat mir einige schlaflose Nächte und graue Haare beschert. Die Leitfrage ist ja, wie entwickelt sich Gesellschaft? Wie lernt Gesellschaft? Und das ist Zukunftsdialog, sozusagen eine Intervention, um so einen Zukunftsbild zu entwickeln und dann zu überlegen, wie kann man das wieder sozusagen andocken, einerseits an die Politik, aber auch andocken an Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft, aber auch andocken an Medien. Könnt ihr da noch kurz was zu sagen? Gab es da was? Es gab die Bürgerdialoge? Ja, dazu. Ja, also die Bürgerdialoge online waren parallel geschaltet und war das erfolgreichste, was je sozusagen online als Bürgerdialog gemacht wurde. Du hast mir das heute Morgen, heute Mittag gesagt, heute noch ist mehr Traffic auf der Seite als auf allen Bundesministerien Internetauftritten zusammen. und 10.000 relativ substanzielle Bürgermeldungen sind schon erstaunlich, auch wenn am Ende dann durch das Voting die Cannabis-Initiative mal wieder vorne rauskam, aber das war sozusagen nur, das gehört dazu. Das ist genau das, was wir bei 2.000 Euro hatten. Und die kämpfen ja auch für eine gute Sache. Also vielleicht muss man zu der Plattform sagen, man kann dort Vorschläge machen für Gesetzesänderungen, Initiativen, die gleichen Fragen, die gleichen Aufgaben wie wir, die gleichen drei Fragen, wovon wollen wir leben, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir lernen und konnten konkrete Handlungsvorschläge machen. Was muss man auch dazu sagen, den Bürgern noch schwerer fiel als den Experten wirklich konkret zu werden, Handlungen, sondern da wurden auch relativ viele Befindlichkeiten auch artikuliert. Was aber auch ein großer Wert, würde ich sagen, ist. Und man konnte abstimmen? Konnte Voting machen. Da kam dann eben Cannabis ganz nach oben. Man konnte kommentieren, diese Vorschläge. Und das stellt sich auch heraus, das Kanzleramt hatte ursprünglich mal so gedacht, so zwischen, ich glaube, 500 und 2.000 Vorschläge. Das waren so die Wetten, die im Kanzleramt intern rumgingen, bevor die Plattform startete. Und am Schluss waren es dann 11.000 Vorschläge. Was dann auch bedeutet, dass man sich kaum noch zurechtfindet auf der Webseite. Dafür war die auch einfach nicht ausgelegt. Da irgendeinen Sinn draus zu machen für die Mitarbeiter, da haben die wirklich viel Zeit reingesteckt, auch mit dem Bundespresseamt, zu gucken, was treibt die Menschen denn um? Eben nicht nur Cannabis, sondern was treibt sie in der Breite um? Das war nicht trivial. Und da sind Sie jetzt als Teil der Weiterentwicklung eben auch am überlegen, wie kann man Semantic Web-Tools zum Beispiel nutzen, um beim nächsten Mal was anderes aufzubauen, was dann leichter auszuwerten ist. Was ich sehr bemerkenswert gefunden habe, war, dass jede Initiative eine Antwort gekriegt hat und dass die Initiativen ja auch den einzelnen Expertengruppen thematisch zugespielt worden sind. Also das war durchaus vernetzt, es waren keine losgelösten Sachen. Also das ist einfach auch ein riesiger Arbeitseinsatz in dem Sortieren gewesen. Wenn man aber deine Frage jetzt nimmt, wie gesellschaftliche Veränderungen funktionieren, dann kann man jemals eine im Prinzip trivial, aber trotzdem nennenswerte Botschaft aus dieser ganzen Geschichte ist, dass gesellschaftliche Veränderungen gehen nur noch, wenn Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen an solchen Sachen arbeiten. Sonst gehen sie gar nicht, aus meiner Sicht jedenfalls. Und egal wie die Formate aussehen, die das zusammenbringen, aber ohne diese Dialoge, ohne dieses Zusammenbringen, ohne diese Perspektiven ernst zu nehmen und gleichzeitig wieder in einer multiperspektivischen Sicht aufzulösen, wird es nicht gehen. Wobei man glaube ich auch sagen muss, in dem Prozess war die Wirtschaft nicht so prominent beteiligt. Unterschiedlich. Es waren einige Unternehmer in manchen Gruppen aktiv, die Verbände waren eigentlich ganz außen vor, Ausnahmen bestätigen geregelt. weil, aber das lag ja wiederum da an, dass sie gesagt haben, sie wollen, die Leute, die dort drin sind, sollen nicht Sprachrohrer sein. Also es gab Diskussionen, soll der und der rein, der und der Organisation zugehört, um Gottes Willen, der kann ja keinen Ton neben seiner, sozusagen seiner Tonart sagen. Und dann bringt es auch nichts. Also in dem Moment, wo ich Vertreter einlade von bestimmten Richtungen, habe ich das Problem, dass die aus ihrer Haut nicht rauskommen. Also eine These ist, dass die Unternehmen, also aus dem Systemischen her betrachtet, aus ihrer Eigenlogik und ihrer Geschlossenheit raus müssen. Absolut. Und Zusammenspielpolitik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, das ist ja in dem Sinne kein System, aber ein wichtiger Spieler in dem Feld. Und die Rolle der Medien? Tja. Ja, beschränkt. Klar. In dem Moment, also gerade in so einem politischen Prozess, wenn ich die Medien zu früh da dran lasse, dann zerschießt sie es. Und das war, glaube ich, ein schwieriges strategisches Spiel für die, die es machen mussten. Aber es war im Prinzip richtig, dass nicht von vornherein mit großer Medien, Beteiligung zu machen, weil dann über einen Zeitraum von ein oder anderthalb Jahren so Erwartungsmanagement zu betreiben, ist, glaube ich, grauenhaft. Es war auch interessant, weil die Leiterin des Stabes politischer Planung auch gleichzeitig die Kommunikationsberaterin, da kann es ja nicht, für die war das ein richtiger Spagat, zu sagen, nein, wir wollen das erstmal intern halten. Es geht um ein Lernen innerhalb der Organisation mit allen gemeinsam. Wir informieren irgendwann auch die Presse darüber. Da stellt sich aber heraus, dass die Presse nicht wirklich verstanden hat, was da passierte. Die konnten das nicht wertschätzen. Weil es eine andere Art von Politik war. Das war nicht eine Schlagzeile und man fordert, Kanzlerin fordert dieses oder jenes, was man dann hätte zerschießen können, sondern es war ein Prozess, der sich mit Zukunft beschäftigt. Oh, haben wir noch nie gesehen. Was soll das eigentlich? Können wir nicht mit umgehen. Welche Schlagzeile sollen wir für unsere Leser daraus produzieren? Ich würde noch mal zu den Gestaltungsprinzipien. Also wir haben ein Thema, das ist Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft. Silo-übergreifend. Das ist das Entscheidende. Genau, das ist entscheidend. Welche anderen Prinzipien würdet ihr daraus noch ableiten für solche Lernprozesse? Die Offenheit der Beteiligten. Offenheit der Beteiligten. Also dass man sicherstellt, dass man nicht diejenigen einlädt, von denen man schon von im Vorhinein weiß, was sie sagen werden. Und dass sie sich nicht, dass sie auch keine Menschen sind, die verpflichtet sind, dass sie das sagen, was sie von ihren entsprechenden Institutionen vorgegeben bekommen. Ich glaube, das war das zweite Prinzip. Also Offenheit der Beteiligten und gleichzeitig natürlich ein Vertrauensraum. Und ganz wichtig, denke ich, die Unterstützung von ganz oben. Wenn das nur Mitarbeiter im Stab für sich organisiert hätten und aus ihrer eigenen Perspektive eingeladen hätten, dann hätte das nie so funktioniert. Wenn die Kanzlerin nicht komplett dahinter gestanden wäre und sagt, ja, ich möchte das, ich unterstütze das, bin mit meinem Namen, mit Bild und allem dabei und lade persönlich auch ein, bin auch persönlich dabei bei den Gesprächen, antworte auch, lade auch die Bürgervorschlagenden ein, die mit den Top 10 Vorschlägen, die durften zur Kanzlerin, also die hat sich eingebracht. Also man würde ja wahrscheinlich, wenn wir das auf Unternehmen übersetzen würden, würde man sagen, das Thema Explore Zukunftsarbeit ist ein Stück ausgelagert worden. Also es gab sozusagen die Kernmannschaft im Kanzleramt, die es verantwortet hat und konzipiert hat und designt hat und auch die Plattformen geschaffen hat und dann wurde es ausgelagert an Communities von Experten und Beteiligten. Und Beteiligten. Und Akteuren durch den Kind. Experten klingt so abwertend, was es auch ist. Das ist auch nicht. Nein, also jedenfalls in meiner Welt. Ja, also. Aber es waren also unterschiedliche Akteure, Aber vielleicht sagst du noch mal Akteure, weil, was meinst du, was unterscheidet für dich Experte von Akteuren, damit wir es besser verstehen? Das Bild von dem Experten ist es immer, dass es meistens Wissenschaftler ist, der aus irgendeiner Disziplin, quasi aus einem Loch auftaucht, dann ein Packen von grundsätzlichen Erkenntnissen von dem Loch wieder verschwindet. Und in dem Fall waren sehr viele gesellschaftliche Akteure dabei, die einen ganz anderen, auch praktischen Hintergrund hatten. Leute, die Change-Prozesse in großen Städten gemacht hatten, aus verschiedenen, zum Beispiel aus der Bundesagentur für Arbeit, erstaunliche Menschen dabei, die das befruchtet haben mit ihrem Wissen. Internetunternehmer, ganz unterschiedlich. Aber es ist noch mal eine wichtige, es verändert das Bild, wenn du diese Beispiele gibst. Also für mich ist Experte jemand aus einer komplexen, nicht aus einer komplexen, sondern aus einer komplizierten Struktur. Der kennt die Lösung, der teilt sie uns mit und wir setzen sie um, Ende der Diskussion. Wir haben aber Komplexität. Wir haben Komplexität, genau. Und ich finde, ein wichtiges Element ist auch die Saison, dass sich auf grundsätzliche Fragen zu konzentrieren, die wesentlich sind und ganz viel Offenheit zu lassen. Aber zugleich immer den persönlichen Bezieh, die sind ja sehr persönlich, diese Fragen, also schon sofort Bilder. Im ersten Treffen mit der Kanzlerin sagte sie explizit, ich hätte gern, also als wir Kernexperten, sechs mit den Themenbereichsleitern zusammensaßen, mit der Kanzlerin, ich bitte sie, so zu arbeiten, dass das Endergebnis auch von einem Kanzler, Kanzlerin einer anderen Partei auch dafür akzeptabel wäre. Was wahrscheinlich in der Realität nie funktionieren wird, weil natürlich das Not-Invented-Hier-Prinzip natürlich gilt. Aber das war schon auch mit einer Vorgabe. Ich möchte nicht, dass es nur etwas ist, was nur CDU, entweder nur ich, Kanzlerin Merkel, oder was nur CDU-Kanzler umsetzen würden. Wir waren ja ausgegangen von diesen drei großen Fragen, hatten ja auch beide gepriesen, wie offen der Prozess grundsätzlich war, aber er war dann doch wieder offen in einem gewissen Rahmen. Die drei großen Fragen wurden jeweils runtergebrochen auf sechs Arbeitsgruppen. Das hatten wir gesagt. In jeder der Arbeitsgruppen wurden die Arbeitsgruppenleiter gebeten, die großen Trends zu skizzieren, die sie da beobachten, die großen Herausforderungen und nochmal Fragen zu formulieren, nochmal detailliertere Fragen. Und danach wurden dann die Teilnehmer ausgewählt, ob sie Antworten auf diese Fragen geben können. Und am anderen Ende dieser Box war, es sollten konkrete Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung rauskommen, querdenken, nach vorne denken, fünf bis zehn Jahre nach vorne nicht allzu viel kosten dürfen und so weiter. Und dazwischen haben wir uns bewegt. Da wurde jeder von den Experten eingeladen, seine Antworten auf diese Fragen mitzubringen. Und dann haben wir uns moderiert auf diese Handlungsempfehlungen zugelegt. Es gab pro Arbeitsgruppe zwei gemeinsame Sitzungen von zwölf Uhr mittags des einen Tages bis zwölf Uhr mittags des anderen Tages. Es war von Anfang an auch der Wunsch der Koordinatoren, dass Abweichungen möglich sind und erwünscht sind. Dass es nicht dazu gekommen ist, haben wir uns auch gefragt, warum alle auf einmal so auf Konsens getrimmt waren. Und Sie hatten noch wissen wollen, ob das jetzt ein verstetigter Prozess ist oder nicht. Die Antwort darauf lautet, das ist nicht in unserer Hand, sondern das entscheidet das Kanzleramt und die Strategie im Kanzleramt und sicherlich nicht vor der Wahl und nach der Wahl wird irgendwas kommen. Wenn man etwas sich auf dem Reißbrett sinnvoll konzipiert, dann würde man sagen, ein solcher Prozess ist kontinuierlich, weil da gibt es was nachzustellen und zu lernen. Und gerade wenn man dann auch noch mit Szenarien arbeiten würde, haben ja Szenarien eine ganz merkwürdige Kraft, dass sie nicht nur ein Bild sind von dem, was in der Zukunft möglich ist, unterschiedlich, sondern sie haben auch in die Zukunft hineinreichend eine Kraft, etwas zu erzeugen. Wie der südafrikanische Prozess zeigt, Adam Cahane mit seinen Szenarien. Geradezu in eine Richtung hineingedacht und visioniert hat. Und vor diesem Hintergrund muss man eigentlich regelmäßig nachstellen und bräuchte dafür eine Gruppe, die unabhängig genug ist, damit nicht, wenn es so erfolgreich ist, wieder irgendwelche Parteien oder Institutionen ihre Griffel da reinlegen. Wäre schön. Oder sich selbst feiert oder all diese Begleiterscheinungen von Zeit. Ich finde das eine total wichtige Fragestellung. Aus meiner Sicht ist es ein kontinuierlicher Prozess. Was wir hier gesehen haben, war ein sehr großer Impuls in einem kontinuierlichen Prozess. Das trägt jetzt weiter. Das geht jetzt in die Ministerien rein. Da gibt es Folgeaktivitäten auf den unterschiedlichsten Ebenen. Da gibt es jetzt einen Vorsight-Prozess im BMBF, der sich plötzlich nicht mehr nur technologiegetrieben mit Zukunft beschäftigt, sondern von den gesellschaftlichen Bedarfen her argumentiert, was früher dort nie gemacht wurde, was möglicherweise gar nichts mit dem Zukunftsdialog im Kanzleramt zu tun hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich beobachte, das passiert jetzt. Vielen Dank.